Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf Nemo, auf eine Hörprobe, aber auch gleichzeitig so eine kleine News über Mero hier, also so ein gemixtes Video. Ich weiß auch viele von euch, viele in der Community sind ja auch, ja feiern Mero auch. Ich selber feiere ihn ja auch, habe ich schon oft gesagt, vor allem wegen dem orientalischen Gesang. Weil, kann mich schon so ein bisschen damit identifizieren, weil ich auch so mit der Musik groß geworden bin, die er macht. Und dieser Gesang, der gefällt mir einfach. Darum soll es aber jetzt nicht gehen um den Gesang. Und zwar ist er wieder back. Und zwar hat er hier dieses Bild gepostet, Mero, Double Cup steht oben, Produces, das Ganze bei Judy. Und Leute, das Krasse ist einfach, ich habe geguckt, wann Seele rauskam, sein letztes Album. Das kam Dezember letzten Jahres raus, sprich jetzt über 10, 11, also ein Jahr jetzt, dass kein Album von ihm kam. Ich weiß, dass Gece Gündüz mit Mörder kam, aber, Digga, ein Jahr hat man so wirklich nicht, keine Musik von ihm gehört. Er war ja da noch bei The Voice, hier Rap, Türkei. Dennoch ist es krass, er war sehr, sehr lange weg. Er ist jetzt wieder da. Wir können gespannt sein. So, damit ihr Bescheid wisst. Und wir gehen jetzt auch noch rüber zu Nemo. Der hat auch eine Hörprobe gepostet. Bin gespannt. Ich denke mal, dass Mero mit einem Album kommen wird. Wenn ihr mehr wollt, können wir auch eine Verlosung machen. Könnt ihr einfach, ach, kann ich auch spontan einfach entscheiden. Wir werden auf jeden Fall am Start sein, damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt aber konzentrieren wir uns auf den Bruder Nemo hier. Bottega Butz. Bottega Butz Wenn du nun nimmst, aber nicht gibst, vergib, verliert dein Karma die Balance. Boah. 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 Okay. Ich hab grad so ein bisschen, bei mir kam auch was raus, Alter. Bei mir kam auf jeden Fall was raus. Ich sag mal so. So voll die Aggression, Digga, die da rauskam. Ich bin einfach, ich feier das einfach, wenn Nemo schreit. Der Bruder hat so eine Schreistimme, der kann das. Check einfach mal alles zu viel ab, als Beispiel, wie der da rumschreit, weißt du? Das ist schon, das ist schon, äh, wild. Das ist schon wild. Digga, die zweite Hälfte müssen wir uns nochmal, nochmal geben. Auch dieses versteck dich, wo du willst, so mit dieser hohen Stimme so ein bisschen, ey, das ist richtig gut eingerappt. Okay, 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 ich bin drauf gespannt. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von, ähm, Wiederholungen in der Hook, aber ich muss den Song einfach komplett hören, um sagen zu können, wie ich das dann finden werde. Aber ich hab Nemo aggressiv hier. Und deswegen, äh, fetter Pluspunkt, fetter, fetter Pluspunkt. Was sagen die Leute? Nemo, rapp doch mal wieder wie früher. Hier habt ihr was, Digga. Komm raus, Habibi 2, Produce by Seiko und noch andere. Okay, okay. Ich werd, bin gespannt. Das war's. Macht's gut. Wir sind am Start. Haut rein und ciao.